Nun gibt es Kritik von einer russischen Sondereinheit am Vorgehen einiger verantwortlicher Generäle im Bereich Kurs. Wie würdest du das einordnen? Ja, es geht hier um eine Sondereinheit aus Tschetschenien, also aus der russischen Teilrepublik Tschetschenien im Nordkaukasus. Diese Einheit heißt Ahmad und der Kommandeur hat da jetzt kritisiert, diese Einheit. Und hat gesagt, dass da wohl einige Verantwortliche, ohne Namen zu nennen, betrogen, betrogen und betrogen haben und im Endeffekt sich selbst betrogen haben. Mit anderen Worten, dass man da irgendwas der Führung in Moskau vorgegaukelt hat, wie gut die Grenze gesichert ist. Und irgendwann bei all den ganzen Lügen, die da verbreitet wurden, selbst schon daran geglaubt hat, dass das alles tatsächlich so ist, wie man behauptet hat. Also das ist doch eine beträchtliche Kritik hier von dem Kommandeur dieser Sondereinheit Ahmad. Und der kann sich das nur erlauben, weil er Tschetscheni ist und weil er unter dem Kommando steht von Ramzan Kadyrov. Das ist der Stadthalter Putins in Grozny. Und Kadyrov hat immer mehr Rechte als alle anderen und kann sich mehr erlauben, unter anderem auch gewisse Kritik. Und diese Kritik wurde jetzt hier eben geübt, außergewöhnlich für russische Verhältnisse. Und das ist der Stadthalter Putins in Grozny.